Du wolltest vielleicht schon immer eine Ausbildung im spirituellen Bereich machen, aber wusstest einfach nicht wie. Dann zeige ich dir jetzt einen Weg, wie du in Leichtigkeit in die wichtigen Sphären des Spirits aufsteigen kannst. Entdecke deinen persönlichen Weg in das Erwachen und in das Wirken als Lichtarbeiter und Heiler. Ergreife jetzt deine Chance mit dem Erklimmen der drei Stufen von Smarana. Mit Smarana kannst du unabhängig und frei werden. Du erhältst eine professionelle Ausbildung für alle Bereiche der Spiritualität und geistigen Heilung. Informiere dich jetzt hier. Starte jetzt deine Ausbildung.